Mein Paradies Der Fernando Express und seine goldenen Hits Träume sind für alle da Die Könige der Tanzpaläste feiern Geburtstag Feiern sie mit, auf 5 CDs und mit einem hochwertigen und exklusiven Geschenk Gold, so heißt diese Kollektion Der Fernando Express krönt damit ein Leben für den Schlager 50 Jahre, ein Leben für die Musik Fernando Express feiert Geburtstag Mit der großen Goldedition für euch 1969 gründete Fernando Express Chef Josef die Skippies Aus denen er mit seiner Liebe zum Schlager das Erfolgsprojekt Fernando Express formte Jetzt gibt es die große Erfolgsgeschichte auf 5 CDs Das Märchen von Arcadia hat der Wind die Macht erzählt Wolkentänze schweren, schwere Lust durch Raum und Zeit Ich geh barfuß bis ans Ende der Welt Ohne einmal mich auszuruhen Josef Eisenhut Ein junger Musiker in Baden Der zwischen Rock und Beat Den Schlager in den Tanzpalästen etablieren wollte Und die Idee wurde zum Erfolg Noch heute trägt Fernando Express den Beinamen Die Könige der Tanzpaläste Und das Beste vom Besten Gibt es jetzt für euch hier Auf der Kollektion Gold Ich brauch den Bino In Portofino Ich brauch die Sonne von Martin Solang mein Herz noch schlägt Für deine Zärtlichkeit Solang ist nichts vorbei Solang ich tief in mir Noch diese Wind zum Stür Gib dich mein Herz nicht frei Fünf Jahrzehnte Fünf CDs Die Kollektion Gold ist rappelvoll Mit goldenen Hits aus dem Hause Fernando Express Und jetzt kommt's Wenn ihr uns innerhalb der nächsten Zehn Minuten anruft Dann bekommt ihr ein im wahrsten Sinne des Wortes Traumhaftes Geschenk Im Wert von 19,99 Euro Gratis dazu Was es ist Erfahrt ihr gleich Liebe geht und Liebe nimmt Sie macht dich klug Und macht dich blind Sie lässt dich träumen Doch sie bringt Dich auch zum Weinen Farewell Und taking farewell Weit ist wie Reise Und schwer Flammende Herzen Leuchtend so hell In dunkler Nacht Flammende Herzen Wie tausend Kerzen Haben sie Unsere Liebe Gleich zum Glühen gebracht Wir feiern 50 Jahre Musikgeschichte Und der Gründer des Fernando Express Hat zu seinem 50-jährigen Jubiläum Das Beste aus über 20 Fernando Express Alben herausgesucht Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich Und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de www.shop24direkt.de Träume sind für alle da Vor 50 Jahren schenkte Bandchef Josef Eisenhuth einem Traum das Leben Tausend und ein Gefühl Heute ist der Fernando Express die bekannteste Schlageband Deutschlands Aus über 20 Hit Alben ausgewählt Gibt es jetzt Gold Das ist das Beste vom Besten auf 5 CDs 100 goldene Hits auf 5 CDs Jetzt für nur 49,99 plus Versand 080 3 mal die 503 Das Märchen von Arcadia Der Fernando Express Gold auf 5 CDs Plus wertvolle LED-Uhr gratis Jetzt anrufen 080 3 mal die 503 Die weißen Segel von Santamonika Nur mit dem Wind in Richtung Sehzucht übers Meer Auf diesen 5 CDs der Kollektion Gold Gibt es ganz viel Sommer, viel Sonne, viel Liebe Und jede Menge ferne Länder und fremde Strände Das war und ist das Erfolgsrezept von Fernando Express Feiert mit uns das außergewöhnliche Jubiläum Jetzt mit diesem einmaligen Angebot Der Wind hat ihre Spur verweht Sie ließ ihn zurück Für einen Augenblick War der Himmel nah Sommer im Süden und Sonnenschein Komm, komm, na, zu Kalypto Tag und Nächte zum Glücklichsein Komm, komm, na, zu Kalypto Regina, Birgit und Michaela gaben der Band zwischenzeitlich Gesicht und Stimme Doch das Erfolgsrezept war jederzeit der einmalige von Josef Eisenhut geschaffene typische Fernando Express Sound Jetzt zaubert Frontfrau Heidi Schütz allen großen und neuen Hits eine besondere Herzenswärme Unser Traum darf nicht sterben Jetzt und irgendwann Que sera, sera Que sera, sera Was gestern war, das ist doch ganz egal Denn morgen gibt es schon als nächstes Mal Aufgepasst jetzt, das ist eine absolute Sensation Wenn ihr euch die Hit-Kollektion Gold von Fernando Express innerhalb der Welt Der nächsten 10 Minuten bestellt Schenken wir euch die traumhafte LED-Uhr mit Wecker und Sternenhimmel Im Wert von 19,99 Euro gratis als Geschenk dazu Hey Schlagerfans, das Angebot ist streng limitiert Darum ruft uns am besten gleich an Der Fernando Express war, ist und bleibt die erfolgreichste Schlager-Tanzband Deutschlands Josef Eisenhut, der Gründer des Fernando Express Hat zu seinem 50-jährigen Jubiläum das Beste aus über 20 Fernando Express Alben herausgesucht Endlich gibt es Gold Das ist das Beste der Könige der Tanzpaläste auf 5 CDs 100 Ohrwürmer und Hitparadenstürmer Und dieses wertvolle Geschenk gratis dazu Ich geh durch die Hölle auf Erden, wenn du nicht da bist Und keine Macht auf dieser Welt Die bringt mich vor von dir Das wird unser Sommer Perfekt und echt genial Der Strand liegt uns zu Füßen Der Es, der kann uns mal Hans und Josef, zwei Freunde, die seit 50 Jahren das Herz und die Seele von Fernando Express sind Als den beiden Heidi als Gesicht und Stimme vom Schicksal beschert wurde Konnte das Erfolgsbuch eines Lebens für den Schlager weiter geschrieben werden Heute gekrönt mit Gold Der Gold-Kollektion von Fernando Express auf 5 CDs Eigentlich sollte die Frontfrau Heidi Schütz schon vor sehr langer Zeit in die Band einsteigen Aber ein schwerer Verkehrsunfall bei dem Heidi schuldlos lebensgefährlich verletzt wurde Riss die Sängerin mitten aus dem Leben Mit Fernando Express kehrte Heidi ins Leben zurück Nach 5 Jahren Rollstuhl und 21 Operationen Gold ist ein Ja zum Leben Glückwunsch Heidi und alles, alles Gute Solang mein Herz noch schlägt Für deine Zärtlichkeit Solang ist nichts vorbei Solang ich tief in mir noch diese Weh zum Stür Gib dich mein Herz nicht frei Träume sind für alle da Vor 50 Jahren schenkte Bandchef Josef Eisenhuth einem Traum das Leben Tausend und ein Gefühl Heute ist der Fernando Express die bekannteste Schlageband Deutschlands Piroshka, du sollst nicht nur träumen Aus über 20 Hit-Alben ausgewählt gibt es jetzt Gold Mein Paradies Mein Paradies Das ist das Beste vom Besten auf 5 CDs Ich geh barfuß bis ans Ende der Welt 100 goldene Hits auf 5 CDs Jetzt für nur 49,99 plus Versand Das ist alles was zählt 080 dreimal die 503 Das Märchen von Arcadia Der Fernando Express Gold auf 5 CDs Plus wertvolle LED-Uhr gratis Jetzt anrufen 080 dreimal die 503 Liebe gibt und Liebe nimmt Sie macht dich klug und macht dich blind Fernando Express ist unterwegs Im Namen der 10 Gebote der Liebe Der Capitano ist Josef Eisenhuth Und die Begrüßung Chambo Chambo Klingt einer ganzen Nation im Ohr Mal geht's mit dem Albatros nach Süden Mal wird's romantisch Wenn der Rote Mond von Agadir scheint Diese 5 CDs sind eine einzige Hit-Parade Die 5 CDs heißen zu Recht Gold Am besten liebe Freunde Ihr ruft uns gleich an Der Rote Mond von Agadir In einer Nacht der Zärtlichkeit Die Sterne regnen nur mit dir Möcht' einfach leben Jetzt und hier Dieser geflügelte Satz Oft kopiert und nie erreicht Passt bei Fernando Express ganz genau Denn es ist hör- und erlebbar Das Original ist das Original Und das gibt es hier bei uns auf 5 CDs Gold heißt diese Kollektion mit goldenen Hits Die jetzt ein Leben für den Schlager krönen Unverfälscht, ehrlich, lebensfroh, optimistisch Wie Fernando Express so die Musik Sommer im Süden und Sonnenschein Komm, komm, nacht und kalten so Tage und Nächte zum Glücklichsein Komm, komm, nacht und kalten so Farewell und Tiki, Farewell Weit ist die Reise und schwer Die weißen Segel von Sandharmonika Nur mit dem Wind in Richtung Sehnsucht übers Meer Ja, es ist wahr Nicht nur diese 5 goldenen CDs gehören euch Sondern auch die traumhafte LED-Uhr Mit Wecker und Sternenhimmel Im Wert von 19,99 Euro Die gibt es, das ist sensationell Gratis als Geschenk dazu Ihr müsst uns aber genau jetzt anrufen Ich sage Danke Fernando Express Denn eure Musik bedeutet für mich Lebensfreude pur Urwürmer und Hitparadenstürmer Josef Eisenhut, der Gründer des Fernando Express hat zu seinem 50-jährigen Jubiläum das Beste aus über 20 Fernando Express Alben herausgesucht Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland 020 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Träume sind für alle da Vor 50 Jahren schenkte Bandchef Josef Eisenhut einem Traum das Leben Tausend und ein Gefühl Heute ist der Fernando Express die bekannteste Schlageband Deutschlands Aus über 20 Hit Alben ausgewählt gibt es jetzt Gold Mein Paradies Das ist das Beste vom Besten auf 5 CDs Ich geh barfuß bis ans Ende der Welt 100 goldene Hits auf 5 CDs Jetzt für nur 49,99 plus Versand Das ist alles was zählt 080 3 mal die 503 Das Märchen von Arcadia Der Fernando Express Gold auf 5 CDs Plus wertvolle LED-Uhr gratis Jetzt anrufen 080 3 mal die 503